Zack, zack, so. Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr. Jetzt müssen wir neue Bäume fällen. Hier ist ein Baum. So, zack, 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 zack. Ab, weg, damit gut ist. Da hat sich auch keiner bei angeschissen, bei diesem. So, zack, zack, zack. Jetzt löste sich auch schon langsam auf, der Baum. Und irgendwann verliert er dann, kommen dann so Baumsamen runter. Wir können das vielleicht gleich mal abwarten. So, da bricht sich nämlich keiner bei einem ab, wenn wir das jetzt mal angucken. Kann man natürlich auch so, zack, 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 zack. Wunderbar, abgebaut. Na gut, das passiert dann von alleine. Die nehmen wir auch mit hier. Hier da vorne, wo der letzte Baum zerfallen ist, ist jetzt zum Beispiel neue Baumsamen, eins, zwei und ein Apfel, eins. So, und jetzt bauen wir diesen Tisch mal hier in unser Haus rein. Denn wir wollen ja ein paar Möbel drin haben. So, schön, richtig schön. Gefällt mir. Gefällt euch das? Schreibt es in die Kommentare.